Okay, ein bisschen trainieren. Ja. Und, ach, so ist gut. Ach so, ja. Worauf warten die denn noch? Müssen die erst ein anderes Gefängnis bauen? Worauf wartet wer? Sie können alles sehen, was passiert. Es interessiert sie gar nicht. Hier ist keiner. Catwoman, sie ist hier! Sie ist oben! Sie sind oben, als sie uns hier reingesteckt haben. Was? Immer das Gleiche. Die großen Tiere haben Spaß, wenn wir uns den Arsch haben. Oh. Ich brauche einen Drink. Ich würde sogar meine Pisse trinken, wenn es da bekärmer würde. Das, äh, ist nicht so toll. Kommt, wuscheln! Zwei Joker? Woher wollen wir wissen, dass es nicht drei sind? Was? Alter, komm mal klar. Was machen wir jetzt mit drei Jokern? Oh, toll. Wenn das alles nur wegen einer beknackten Fernsehshow ist. Ich werde denjenigen, der mich in diesen Kühlschrank gesteckt hat, finden und umlegen. Wer hat Catwoman reingelassen? Was zum Teufel treibt die hier? Verdrücken scheint irgendwie... An mir kommt keine Katze vorbei! Ich nehm' dich auseinander! Menschen. Ja, im Sprung kann ich schlecht. Und das Urteil lautet... Tod! Ach du, du bist ja eh nicht mehr da. Halt die Fresse. Halt die Fresse! Ja, das... Achso, kann ich denn... Fällt mir grad so ein. Habe ich denn hier überhaupt als Catwoman auch die... Nebenquests? Also Deadshot und hast du nicht gesehen? Also ich denke wahrscheinlich eher nicht, aber... Naja, vielleicht ja doch. Ja, komm. Ich weiß es doch. Zeit, meine Sachen einzusammeln und aus dieser verdammten Stadt zu verschwinden. Ja, warte mal. Hm, nein. Ja, ich weiß es nicht nicht. Willkommen in Arkham City. Eine Freakshow mit den Ausmaßen einer Stadt. Freakshow. Jo, passt. Was macht's jetzt hier? Was ist Edmund? Hier ist nicht Batman. Achso, aus meinem Versteck, achso. So. Da 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 da. Home sweet home. Hi. Machen wir mal, dass wir nicht raten. Ist das Two-Face? Was? 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 Ist sie tot? Sekunde. Sie wacht auf. Oh, ich wollt grad sagen. Verdammt. Was machen wir jetzt? Leg sie nochmal um. Es ist der Ordner, in dem du sterben wirst. Mann. Ich wollt grad sagen, so leicht ist sie noch nicht umzugehen. Oh, Two-Face ist immer noch an der Pist anstrengend. Jetzt müssen wir damit immer noch seine Männer auf dem Teich setzen. Eine schöne Behausung. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Two-Face hat sie. Er ist im Museum. Okay? Danke. Ach, der ist aber... Du hast dich also entschlossen, zurückgekrochen zu kommen, Harf. Schade. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für allemal Manieren beibringen. Oh, die ist jetzt auch schon ganz schön mitgenommen, der Gute. Du bist nur wegen einer beknackten Fernsehshow ist. Ich werd den, der mich in diesen Türschrank gesteckt hat, finden und umlegen. Oh, ne, die ist schon wieder die. Ich hab' schon seit Wochen keine Status-Updates gemacht. Woher sollen die Leute wissen, was ich... Ja, ich sitz hier in einem beschissenen Knast. Naja, werden anfangen. Naja, wär'n anfangen. Ich werd' nie vergessen, wie Quinn den alten Sharpie mit seinem eigenen Stockwerk Verdurchscht hat. So, wie das war. So, so. Wir könnten uns wenigstens ein paar Burger bringen. Nee, nee. Bin ich bekloppt. Joker ist nicht tot. Das ist nur ein Trick. Stimmt. Aber ey Guter, musst du zugehen. So. So, ich kann auch ein bisschen. Dann sollte ich vielleicht mal hier ein bisschen, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlecht, mich auch ein bisschen zu verbessern. Dem Nahkampf einstecken. So, äh, meine Sachen sind, äh, wo ist denn das? Da, okay. Wir werden uns bestimmt in Kürze verlegen. Zumindest hoffe ich das. So ist es. Ach, genug Schnee. Mehr Schnee? Verdammt, es reicht. Die Klappe von Kettwummern hat die ganze Runde. Wieso hat mir keiner davon erzählt? Das ist... Klasse. Noch mehr Schnee. Und ich hab den Schuh abgelissen. Keiner Scherz, Nixi. Zwei Joker? Wer hätte das gedacht? Was ist das? Unglaublich, dass Strange dachte, er könnte uns alle kalt machen. Es ist Kettwummern. Zum Teufel. Es ist Kettwummern. Hörte das Miststück. Noch so eine. Ich? So, Harv, du hast was, was mir gehört. Glaube ich. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Ja. Hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sicher von Kettwummern. Er hat Polly B rübergeschickt, damit er das Geheimversteck der Schlampe sprengt. Hoffentlich regnet es mittlerweile über ganz Arkham City. Und die kleine, verbrannte Katzenklumpen. Wird hier eine Lehre sein, sich nicht mehr Two-Face anzulegen. Was macht ihr hier? Mist. Du wirst schon bald um Gnade. Nette Klammern. Du Kettwummern. Auf zu labern. Arkham City wird das Letzte sein, was... Der Pinguin sitzt da immer noch drin. Na, als was haben wir uns denn verkleidet? Verpiss dich! Oh, tja, wenn du drauf bestehst. Oh, bevor ich's vergesse. Wenn du nochmal so mit mir redest, erlebst du, wie sich ein armes kleines Vögelchen fühlt, das von einer Katze zerfleischt wird. Bissi, tu mir nichts! War nicht so gemeint! Klingt schon viel netter. Siehst du, du kannst auch nett sein, Oswald. Wir sehen uns. Fies, ne? Ja. So wirklich gut bin ich aber nicht. New Recruits. Das Ding wieder. Warte mal, sag mal, ist denn hier nicht... Doch, hier gibt's auch ein Catwoman. Eine Catwoman-Trophäe, aber nur eine. In der Folterkammer. Ach, du Scheiße. Sieht doch ziemlich zufrieden aus, findest du nicht? Ja, ich hab den Boss noch nie so fröhlich erlebt. Hm, vielleicht stimmt es. Vielleicht hat die Catwoman tatsächlich unbedingt. Die Schlampe verdient es. Weißt ihr, was sie im Gerechtsein mit ihm gemacht hat? Das war nur eine Frage der Zeit, bis er seine Rache kriegt. Und all ihr Geld. Ja, das auch. Das ist doch nicht euer Ernst. Da soll ich rein? Jawohl. Catwoman! Oh, ich Bellino. Das fürchte ich auch. Ja. Ich war schon relativ angeschlagen. Zeit zu sterben, Mieze-Katze. Nein. Bin viel zu jung. Oh, Darth Vader ist auch hier. Ja, ja, der mysteriöse Fremde. Ja, keine Ahnung. Hab nicht wieder gesehen. Und einen anderen Weg gibt's anscheinend nicht. Ich bin nicht zufrieden, Ausch. Findest du nicht? Ja, ich hab den Boss noch nie so fröhlich erlebt. Äh, vielleicht stimmt es. Vielleicht hat der Catwoman tatsächlich umgelegt. Was treibt Catwoman hier drin? Hallo! Oh! Der Tearshell! Ich seh nix! Oh! Toll! Ich dachte, da kann ich nicht, dass ich da ein bisschen auskuchen habe. In Arkham City wirst du Kampien! In Arkham City wirst... Ich steh mich auseinander! Oh je! Oh je! Ist auch was! Kann ich den Hammer nicht nehmen? Nein! Oh! Was war das denn? Hm. Na gut, jetzt ist es relativ einfach, wo ich langen muss, ne? Oh! Oh!